So, herzlich willkommen zum 18. Let's Play von Uncharted 4. Jo, dann erstmal herzlich willkommen. Und guck mal, dass ihr das Tor da aufkriegt. Ja, so und los geht's. Stärker. Na, keine Arme dran? Nein, deswegen sind da zwei Leute. Ja, so, jetzt waren sie erstmal im Fitnessstudio. Jo, kostenlos sogar. Ja. Jo, das sieht schon mal wieder richtig geil aus. Zack, erstmal durch die Hacker. Und das war natürlich typisch, dass wir... Die Sucherei fast wieder losgeht. Alter, um mit dir sehen. Nee, alles klar. Ich glaube, dass da oben war ein Schatz. Ja, das hat so... Lass mal ein bisschen rutschen wieder. Was soll denn das jetzt darstellen? Das sieht so wackelig aus. Aber es wachsen die Bäume hier drinnen. Jo. Nicht schlecht. Sollte wohl mal ein Garten werden. Na, komm mit. Bestimmt wieder was zu rätseln, wa? Wie du da hochkommst. Jo, wieder was zu rätseln. So, das aussieht einfach nur hier lang erstmal. Ja, L3. Ah, da wo das Kreuz ist. Da müssen wir jetzt sein. Gut. Das war's ja mal immer so klar, ne? Ja. Da sieht man noch, wie ich schon sauber was war. Jo. Wir sind auf dem Weg, aber der Schatz ist näher an der Kathedrale als gedacht. Oh, Mann. Und was soll ich machen? Bleib startbereit. Wir sind bald zurück. Mach ich. Mach dich wieder. Mach ich. Ja, hier müssen wir noch ein Fältchen wieder. Hier gibst du da was. Ja, kommst du mit? Nein, wir dürfen den Weg... Oh, der hat einen anderen Weg genommen. Alles klar. Sonst hätte ich gesagt, wir müssen den Weg wieder allein laufen. Kinder hätte man ruhig einen Schatz verstecken können. Aha, den Haken mal wieder. Oh, dann hol ihn raus, den Enterhaken. Wie die Haken einfach mal so wieder abgehen, ja? Ja. Na. Wie wär's mit Klappe halten, wenn ich dabei war, ne? Oh, Schießerei. Ja, komm her. Oh, ja. Jetzt kommt der Call of Duty. Der geht direkt ins Kampfhild-Tummel rein. Jetzt kommt der Call of Duty-Style. Ja. Die rote Mütze hatten wir gerade nicht gesehen, ne. Die war voll unaufällig, die rote Mütze da. Ja. Ja. Und näher an der Kathedrale werden es noch mehr. Da scheint der richtige Weg zu sein. Mal gucken, ob da hinten noch was ist. Schau dann. Okay. Aber ein ziemlich tiefes Loch. Ich weiß auch, ob da ein Geheimgang ist. Äh, riskieren oder nicht riskieren? Mhm, riskieren. Wenn er drauf wird, dann geht er drauf. Das ist ja keine hundertmal. Ah, man kann so runter. Cool. Okay, zwei Gänge. Da hast du einen Weg. Und hier ist ein Weg. Nein, das ist nicht weit. Ah. Okay, wenn die andere Seite. Erstmal den Beamer wieder angeschmissen. Ja. Aber wir klären da, wie immer das Dach. Aber so ein Jagdbeamer, also was die Bundeswehr hat. Was haben wir denn da? Ah, da ist doch was. Guck mal da, genau. Ein Schatz. Guck mal da. Oh. Können wir das mitnehmen? Der Typ hat mal bestreter Tage erlebt. Ja. Der ist ein bisschen ganz schön verhungert, der Kollege. Ja, aber nicht nur. Den haben sie auch als Bratspieß enden lassen. Ja. Dann wird nimmts Herz auch noch. Ah, müssen wir den Umweg hier vorne nehmen. Ah, Munition. Ja, natürlich. Mitnehmen. Hat sich ja gelohnt, ein Schatz gefunden. Ja, komm. Okay. Ja, komm. Und so. Lass mal runter. Ach Mist. Ich bin zu weit oben. Na, was mit mir? Ja, warte kurz. Ich warte. Mal sehen, was das bei dem Holzding da ist. Hey, ich hab was. Ah, da hinten bist du auf. Na klar. Das ist wieder alleine klettern. Aha. Oder so. Für das Seil. So geht's natürlich auch. Oh, ich wollte schon sagen. Aber dachte, er will, dass wir uns da runterlassen erst mal. Das wär ja nix, Giovanni. Oh, der war nicht so gut. Ja. Das wurde ja Grund. Wie es aussieht, müssen wir den rechten Weg nehmen. Oh. Ui. Nochmal, ja. Kennen wir das nicht von irgendwoher? Von der anderen Stelle. Und wieder ein Schatz. Klack. Es wird wohl noch mal Trophäe irgendwoher noch kommen. Na, hübsch. Kannst du da mit dem Seil hoch? Wo ist man da hier dran? Oh, da geht's ein bisschen tief runter. Da geht's ein bisschen zu doll, ja. Geht zehn Meter da. Zu viel. Na, das sieht nicht so aus. Okay. Dann müssen wir doch irgendwie hier vorne hochkommen. Ist ja auch komischerweise auch gerade drin. Ah, so war das genau. Gut. Aber hat es dir trotzdem entlohnt? Hätte ich den Weg sofort gefunden, dann hätten wir den Schatz nicht gehabt. Ja. Oh, was ist mit dem los? Ja, der hat mir gelebt. Ah, Quatsch und Munition. Ne, wir haben schon eine Geilknarre. Geht schon gut hinaufmuchen. Diese große Spass hat fast mehr Wasser rein. Ja. Ja, wir... Sollen wir da jetzt noch runter? Boah. Oh, wie soll denn hier rüber? Ne, das ist ein anderer Typ bei Acon von dort. Jetzt wird's hilfreich, wenn er was zeigt. Oh, hier wäre sie da lang. Ja, toll. Oh. Soll er da jetzt einen Köpper runter machen? Oder wie jetzt sagen? Wahrscheinlich, Jun. Wahrscheinlich, ja. Gucken wir mal eine Wand ab. Dauert das? Bisschen weiter da so? Andere Seite vielleicht? Der gibt ja noch nicht mal einen Tipp. Oh, andere Seite vielleicht? Das Ding hier, tief vorne ist da, das ist ja... Also, wir können das auch nutzen, ja? Mal gucken. Ja, so tief runter, ich weiß nicht. Boah, jojo. Das ist ein bisschen dull, ja? Boah. Ich glaube, ich würde ihn ja schon schlecht bei, ne? Na? Ich würde schon sagen, ey. Boah. Da wird ihn ja übel da unten. Ja. Das ist doch ein bisschen dull, ja? Dann zeig doch mal den Weg hier. Wenn du die große Rutsche ins Verderben meidest. Geht noch nicht mal. Geht noch nicht mal. Der hat einen so zielter Typ. Es sei denn da, müssen wir auch überhandeln. Probiert einfach nochmal aus. Weil der Typ, den fällt auch nicht in. Kann so aussehen, ja? Wie man sowas abkann, ja? Ja. Ah, da ist ein Weg. Sieht jedenfalls so aus an der Mauer. Mal gucken, ob er da wirklich vorbei ist. Ja, man kann ihn nutzen. Ja, das läuft doch. Das läuft doch, ja. Boah, ey. Das machen wir nicht so. Da braucht man richtig fetter Arme und sportlich, ey. Ja. Also mir wäre schon das Kotzen gekommen. Und das schon mit Gesicherten sei. Ich trau mich ja noch nicht mal in die extremen Teile rein und so hat alles. weiß nicht, wenn man viel gadgets hat. Genau. Oh, na klar. Genau. Dreh ich doch ab. Ja, muss ich. Ne, andere Seite lang. Oh, 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 das ist, ja gut, so geht's auch. Boah. Genau. Klar. Das ist das Problem, wenn man das als Blind spielt. Ja. Na, geht's unten weiter, oder? Aber jetzt nur in die Tiefe nach unten. Boah. Okay, das war mal ein Wasserrad, wa? Ich hält's. Na klar. Hm, so natürlich nicht. Das ist halt ein voll fieses Wesen. Ah, cool, ich bin da angehalten. Hä, wir müssen doch fallen lassen. Da unten ist nämlich auch noch was. Ah, ich glaub, wir müssen die erstmal hoch und dann drüber gespringen lassen. Fuck. Ah. Und. Nach einer Weg. Ja. Aber immerhin haben wir den richtigen Weg schon mal gefunden. Ja. Wird nur ein bisschen nach links gehen muss. Was hört? Die ganzen Sterbe-Serien, Alter. Was hört? War das kein Fehler. Ey. Das ist irgendwie komisch. Warum der immer nach rechts schlittert, ist komisch. Ich würde sagen, hochklettern komplett und dann, oder? Ich würde sagen, hochklettern komplett und dann, oder? Ja. Das ist kein Fehler. Ja, jetzt auf einmal, ey. Das ist ja auch nicht. Ja, ich hab nur die Kamera ein bisschen gedreht und schon. Genau. Willst du auch noch abfallen, oder was? Richtig geil, oder? Oh, na klar. Ey, ne. Jetzt auf einmal hat's funktioniert. Ich hab nur ein bisschen die Kamera gedreht, weil ich gucken wollte, ob man da den Haken werfen muss. Also, schlitterst du in der Richtung, in der du guckst? Ja. Wenn du jetzt... Ja. Ja. Wie ist das jetzt denn? Wie sagst du das? Okay. Los geht's. Ja, die Leiter so noch... Äh... Fall auch noch ab, genau. Genau. Fall auch noch ab. Ganz bestimmt, ey. Klar. Die Brücke hat auch mal andere Tare gerannt. Genau. Der rennt da rüber und für uns war's nicht genau. Ja. Ja, wo alle Drops hättest du auch noch warten können da oben. Ah, dann. Was? Wir sollen wieder zusehen, besser. Ja. Obst du ärmerstig gemütlich? Genau. Dann geht einfach mal spazierend da hoch. Genau. Ich fühl meine Hände nicht mehr. Ich glaub in der Zeit in Panama hat sich mein Blut verdirbt. Ah, keine Sorge. Ah, du musst ja auch mal klettern. Keiner sucht sich natürlich... Warte. Ich helf dir hoch. Jetzt brauchst du auch nicht mehr helfen. Komm schon. Wenn du mich nicht hättest, hm? Ah, ich wäre zu Hause. Eisen-Kakao. Wie alt bist du? Fünf? Ach komm, du willst doch auch einen Eisen-Kakao. Na ja... Schon? Ganz genau. Da ist ein Kreuz da. So. Dann würd ich erstmal sagen, dass es für dieses Let's Play dann erstmal war. Für die wilde Kletterpartie. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Jo. Und Kletterpartie 2 eventuell. Bis dann. Und...